Ich war mal drei, vier Tage in Schlaufe drin Ja, das war ganz normal. Harz hat damals gesagt, ich werde Schischbutter haben. Fressen, schlafen, Chemie. Ganz normaler Tagesablauf. Richtig, geil, trainieren. Fressen, Biene, Sau. Der Yannick, das ist ein Fickfehler. Der sieht aus wie so eine gefickte D-Wurst, Alter. Ganz vollgeschissenes Zeckenpack. Dann solltet ihr euch mal fragen, warum ihr keine Muskeln habt. Dann bin ich jede Stunde zum Auto abgegessen. Weißt du, Fekalber, der muss jetzt fressen. Kurzen Sex, langes Tränen. Ich bin nicht auf Stoff, ich bin auf Anti-Aging. Aqualit, yeah. Fressen, schlafen, Chemie. Ganz normaler Tagesablauf. Richtig, geil, trainieren. Fressen, Biene, Sau. Tonfisch, Protein-Shake. Folgt der Führer von. Versuch nie den Ficker zu ficken. Brazy motherfucker, yeah. 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 Bis zum nächsten Mal.